Zum Semesterstart erhältst du dein Semesterticket. Wo du es herbekommst und was es kann, zeigen dir diese drei Tipps. Auf dem Studienbescheinigungsbogen, welcher dir von der Hochschule zugeschickt wird, findest du einen Link, unter welchen du dir das Ticket ausdrucken kannst. Diesen haben wir dir außerdem in die Videobeschreibung gepackt. Dein Ticket solltest du immer ausgedruckt dabei haben. Vergisst du dein Ticket einmal, kannst du es zwar nachzeigen, das allerdings kostet 7 Euro Bearbeitungsgebühr. Zusätzlich kannst du dein Ticket auch über die App der Hochschule Niederrhein abrufen. Bedenke aber, dass dein Akku auch mal leer sein kann. Mit deinem Semesterticket kannst du in ganz Nordrhein-Westfalen in der zweiten Klasse mit Regionalzügen, sowie Straßenbahnen und Bussen fahren. Und das rund um die Uhr. Darüber kommst du mit bestimmten Linien sogar bis nach Venlo. Alle Infos dazu stehen ausführlich in der Videobeschreibung. Des Weiteren bietet das Ticket im VR-Gebiet noch folgende Zusatzfunktionen. Ihr könnt jederzeit euer Fahrrad und zwischen 19 und 3 Uhr, sowie ganztägig an Wochenenden und Feiertagen, sogar noch eine Person kostenlos mitnehmen. So kannst du dein Semesterticket voll ausnutzen. Wir wünschen allzeit gute Fahrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017